Ja! Schönen guten Metal, Leute! Ich bin's wieder, euer Arnie. Meine lieben Freunde, was ist passiert? Ich habe hier Breaking News bekommen, direkt ganz frisch aus dem Beck. Frischer geht's gar nicht. Passiert jetzt gerade, naja, vor 5 Minuten. Und zwar scheint unser Reini gerade sein Interview zu geben. Mit einer Rebordering. Von wo weiß ich nicht. Ich blende euch das aber mal ein. Da sitzen sie. Die zwei hübschen. Ja, ähm, die Person, die mir das geschickt hat, vielen, vielen lieben Dank erstmal, ja. Möchte erstmal nicht genannt werden. Äh, respektiere ich natürlich völlig. Ähm, ja. Und diese Person hat mir gesagt, Bruder, der Reiner erzählt der Frau Dinge, dass sich die Balken biegen. Kannst du dir nicht ausdenken. Später ist Reiner noch aufs Klo gegangen. Und, äh, da sagte der M-Bruder, der da war, Junge, der ist einfach das Doppelte geworden. Der war wohl irgendwie vor 2, 3 Jahren schon mal an der Schanze. Und der ist einfach das Doppelte geworden. Ja. Wahnsinn. Der kann auch nicht mehr richtig laufen. Das Ding ist durch. Steht 5 Minuten vor Medal-Off, sagt er. 5 vor Medal-Off. Ja. Was glaubt ihr? Schreibt sie bitte rein. Ähm, bekommt Reini 10.000 Euro für dieses Interview. Wir werden es wohl erfahren, wenn er in den nächsten Wochen nicht mehr online geht, weil er die Kohlen nicht braucht. Leute, das war's schon von mir. Mein anderes Video ist auch oben aus dem Stream, aus dem Zug von heute Morgen. Äh, verlinke ich euch hier. Falls ihr Bock habt, schaut da rein. Äh, war ganz gut. Danke fürs Zuhören. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz viel Liebe an euch. Medal-Off.